Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren Finanzen heute am 31. August 2017? Es vermehrt sich etwas, es trägt etwas Früchte und verspricht Gewinn. Es ist etwas in Bewegung. Wir neigen in die Tagen zu mehr ausgeben, als notwendig ist. Und mit dieser verschwenderischen Haltung verlieren wir die Gleichgewicht. Also wichtig ist, kluge Entscheidungen treffen. Achtsam sein bei einem Fest und bei Autofahren, weil es besteht die Gefahr, ertappt zu werden. Und das kostet natürlich. Wenn sie Interesse haben, ihren Finanzen zu verbessern, die richtigen Augenblicke erkennen im Leben, im richtigen Ort zu sein und auch die richtigen Handlungen. Oder wenn ein Termin schon feststeht, wo um Verträge geht, um Finanzen geht. Das zu beschreiben, wie das alles verläuft, ist auch möglich astrologisch. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten und Sie können gerne mit meinem Managementbüro kontaktieren. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen.